Rot nach Tätlichkeit, Union-Coach zeigt sich teilweise einsichtig. Bielisers Vorwurf an Sané, der kommt in meinen Raum, um mich zu provozieren. Das Nachholspiel dürfte noch ein Nachspiel für Nenad Bieliker bringen. Der 52-Jährige sah wegen einer körperlicher Auseinandersetzung an die Reusane die Saison und jene rote Speisekarte anzeigte sich hinter Abpfiff einsichtig, zumindest teilweise. Lange Uhrzeit hatte Pakt Berlin den Münchnern bei dem 0-1 in der Allianz Arena des jenige Leben sehr schwergewichtig künstlich. Die Eisernen standen in dem Innenstadt weitestgehend zusammengedrängt und ließen sehr selten gegnerische Möglichkeiten zu. Kurz hinter Wiede an Pfiff traf jedoch Raphael Gehreux zudem 1-0, 46., und der Rekordmeister dominierte die Saison und jene Partie in dem weiteren Vorgang weitgehend. In der 72. Minute wurde es emotional, während eines Konters kam es in dem FCB-Strafraum zum Brückenschlag bei Kevin Behrens und Konrad Leimer. Der Berliner kam zu Fall, und die Saison und jene Köpniger reklamierten Strafstoß. Schiedsrichter Frank Willenbock ließ weiterspielen, und war nach kurzer Zeit so authentisch gefordert. Bielisers Nervenkostüm plötzlich blank. Bei einem Einwurf hielt Paktkutsch Bielicke den Ball in der Hand, Sané hatte es eilig und wollte dem Kodisch dasjenige Spielgerät energisch wegnehmen. Auf eines schönen Tages lagen Bielisers Nervenkostüm blank. Der Kroate ließ sich zu der Stumpfheit hinreißen. Während seine Streitgesprächs mit Sané fasste er seinem Gegenüber homogen zweimal in das Gesicht, in welchem Ausmaß man sie Tätigkeit in Urfei gewertet oder nicht. Sachverhalt ist, es war eine körperliche Auseinandersetzung, die Säser und jene sich nicht gehört. Das sahen sogar die Säser und jene Berliner so. Darüber Bedarf haben wir nichts diskutieren, Punkt, sagte Kevin Stadthalter nebst Blick der TV-Bilder nebst Sky. Und wollte Bielisers Tätigkeit in keinster Weise entschuldigen, aber er verwies sogar darauf, dass es von Sané von guter Qualität provoziert worden war. Thomas Dore gab sich diplomatisch, meinte nur, dass es nicht von guter Qualität sei. Und es schwergewichtig wäre, Bieliker zu verteidigen, er mochte er in diesem Zusammenhang aber nicht sagen. Willenborg zeigte Sané jedenfalls die Säser und jene gelbe Speisekarte und schickte den weiterhin aufgebrachten und vor sich hin schimpfenden Bieliker zu Anspruch mit Rot auf die Säser und jene Tribüne. Von vorhanden aus musste dieser miterleben, als der die das ihm gehörende Schützlinge dasjenige zu dem Schluss hinseer Negeleitsch-Hasardspiel verloren. Nun dürfte sich dasjenige der FP Sportgericht mit der Bühne befassen, und Bieliker wird freilich eine Barriere erwarten. Das ist nicht gut so und nichts zu tolerieren. Nenat Bieliker über seinen Platzverweis Nach Abpfiff zeigte sich der Kroate einsichtig, zumindest teilweise. Ich reagiere nicht so, als ich den Trainer agieren sollte. Es ist nicht gut so und nichts zu tolerieren, welches ich künstlich habe, sagte der 52-Jährige und meinte, dass er Auffassungsgabe für die Säser und jene rote Speisekarte habe. Bieliker betonte sogar, dass er sich nebst seiner eigenen Mannschaft entschuldigen müsse, nicht jedoch nebst Sané, als der habe ihn schließlich provoziert. Ich bin in meiner Zone, will den Ball einsammeln und ihn Sané geben. Er hat mich in meinem Universum geschubst, an diesem Punkt habe ich echt reagiert. Der kommt in meinen Universum, aufgrund dessen mich zu provozieren.